Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 227 Richtig Schätze sammeln Mir scheint, dass der Herr Jesus nach dem Thema Fasten den Schwerpunkt der praktischen Gerechtigkeit, den er mit den Themen Almosen, Beten und Fasten vorgestellt hat, nun ein wenig verlässt. Was im Folgenden kommt, das sind Themen, die sich ganz grundsätzlich um meine Haltung zum Leben und zu anderen Menschen drehen. Und das erste Thema hat es gleich in sich. Es geht um das Anhäufen von Wohlstand, ums Schätze sammeln. Nicht, dass der Herr Jesus etwas sagt, was wir nicht schon aus dem Alten Testament wüssten. Schon in den Sprüchen lesen wir, Sprüche 23, Vers 4, Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Wir sollten also nicht überrascht sein, wenn wir dieselbe Idee jetzt aus dem Mund des Herrn Jesus hören. Und nur, damit wir uns nicht falsch verstehen. Wohlstand wird in der Bibel nicht grundlegend verdammt. Die Sprüche kennen die Probleme, die ein Armer hat. Es ist nicht erstrebenswert, arm zu sein. Nur genauso wenig richtig ist es, wenn wir reich werden wollen. Wohlstand taugt nicht als Lebensziel. Vielmehr werden wir heute sehen, dass Wohlstand das Herz versklavt. Paulus kann vor Habsucht warnen. Und wir sollten ihn ernst nehmen, wenn er schreibt, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 10 An anderer Stelle formuliert er Kolosser Kapitel 3, Vers 5 Da haben wir wieder diesen Gedanken, Habsucht ist Götzendienst. Ich verliere mein Herz an einen anderen Gott. Ich erwarte vom Wohlstand, was ich von Gott erwarten sollte. Und vertraue nicht mehr auf Gott, sondern auf meinen Besitz. Er gibt mir Sicherheit, Zufriedenheit und Hoffnung. Wie gesagt, das ist ein ganz gefährliches Denken. Aber hören wir erst einmal den Herrn Jesus. Matthäus, Kapitel 6, die Verse 19 bis 21 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Dieben nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich denke, die Auslegung macht uns keine Probleme. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und es gibt drei Hauptgründe dafür, warum wir das tun sollen. Erstens. Schätze in dieser Welt können leicht verloren gehen. Und Jesus bringt hier Motte und Fraß ins Spiel. Ältere Übersetzungen haben hier Motte und Rost. Der Begriff Fraß leitet sich von dem Wort für Essen ab. Es spielt also gar keine Rolle, ob es sich dabei um einen chemischen Prozess handelt, also um Korrosion bzw. Rost oder um Verwitterung oder wie die Elberfelder Bibel es vermutet, um ein Insekt. Dinge können kaputt gehen, gefressen werden, verrosten oder einfach zerfallen. Und wenn ihr euch fragt, welche Schätze denn gefressen werden können, dann denkt einfach an kostbare Kleidung. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören. Zweitens. Schätze können entwendet werden. Diebe können durchgraben und stehlen. Durchgraben. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier eine Außenmauer beschrieben wird, die nicht auf einer Bodenplatte steht, sondern einfach auf dem natürlichen Boden. Man kann also wirklich unter ihr hindurchgraben, um ins Haus zu gelangen. Und genau das ist, was Diebe tun, um meinen Schatz zu klauen. Also warum soll ich mir Schätze im Himmel sammeln? Matthäus Kapitel 6 Vers 20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Ein ganz einfaches Prinzip. Wie sammelt man sich Schätze im Himmel? Das steht hier ja nicht. Was interessant ist und deutlich macht, dass es um meine Herzenshaltung geht. Lasst uns trotzdem die Frage beantworten. Lukas Kapitel 12 Vers 33 Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Das ist die Antwort. Ich bekomme einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wenn ich Almosen gebe. Wenn ich meinen Besitz einsetze, um die Not anderer Menschen zu lindern. Immer wenn ich das tue, überweise ich Geld auf mein himmlisches Konto. Und genau das soll ich tun. Matthäus 6 Vers 20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Mein Geld eingesetzt für andere, die in Not sind und denken wir ruhig über Almosen hinaus auch an geistliche Not und an Evangelisation beziehungsweise Mission. Wenn ich meinen Besitz dafür einsetze, sammle ich mir Schätze im Himmel. Und es macht Sinn, weil Besitz in dieser Welt so vergänglich ist. Vielleicht noch einmal zu dem Spruch vom Anfang, Sprüche 23 Vers 4 und wir schauen uns dann den Folgevers an. Es hieß dort, Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Und jetzt Vers 5 Wenn du deine Augen darauf richtest, und zwar auf den Reichtum, ist er nicht mehr da, denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Die Vergänglichkeit von Reichtum, das waren die ersten beiden Probleme, aber es gibt sogar noch ein drittes Problem, ein Problem mit meinem Herzen. Matthäus 6 Vers 21 Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Herz ist ein Bild für mein Inneres, mein Denken, mein Wollen. Wenn ich es darauf anlege, in dieser Welt reich werden zu wollen, dann wird dieser Gedanke mein Herz gefangen nehmen. Meine Gedanken werden um dieses Ziel kreisen. Ich werde meine Zeit und meine Energie investieren. Meine Prioritäten so setzen, dass ich Wohlstand aufhäufe. Mein Leben wird sich nicht mehr ums Reich Gottes drehen, sondern um meinen Besitz. Und es ist wirklich eine Lüge, wenn wir glauben, dass dieses Prinzip für uns nicht gilt. In dem Moment, wo wir reich werden wollen und anfangen, in dieser Welt Schätze zu sammeln, in dem Moment wird mein Herz dort sein, wo mein Schatz ist. Und um das ganz deutlich zu sagen, was der Herr Jesus hier für materiellen Reichtum an Gefahr postuliert, Das funktioniert leider genauso für jede Art von Hobby oder fixer Idee. Es gibt auch andere Schätze, die man sammeln kann. Urlaubsländer, Restaurants, Single Malls, Follower, Designerschuhe oder auch Sport, Serien oder Kinder. Alles Dinge, die mein Herz gefangen nehmen können. Und wenn ich das zulasse, dann wird es am Ende eben nicht mehr für Gott schlagen. Und deshalb tun wir gut daran, dass wir uns die Frage stellen, was uns das Wichtigste im Leben ist, worüber wir uns am meisten Sorgen machen, wofür wir besonders viel Zeit und Energie und Geld investieren, was uns glücklich macht und was wir auf keinen Fall verlieren wollen, weil eben unser Herz daran hängt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich mit dem Thema Wohlstand noch weiter auseinandersetzen und eine fünfteilige Podcast-Reihe dazu hören. Link ist im Skript. Das war's für heute. Es gibt übrigens eine Frogwords-App, auf der du auch den Podcast hören kannst. Dort findest du auch direkt die Skripte. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.